Musik Meine sehr verehrten Damen und Herren, vor sieben Jahren habe ich als Erfurter das Massaker an dem Gutenberg-Gymnasium erlebt. Und durchlitten haben wir als Erfurterinnen und Erfurter die Trauer und immer wieder die Frage, warum. Was haben wir seitdem an Veränderungen in der Gesellschaft erreicht? Was haben wir für Antworten auf Fragen, die wir schon vor sieben Jahren hatten? Wie sieht ein besseres Bildungskonzept aus? Wie schaffen wir es endlich, dass junge Leute nicht das Gefühl haben, Verlierer in dieser Gesellschaft zu werden? Wir brauchen jeden jungen Menschen und wir können uns gar nicht erlauben, Verlierer mit dem Gefühl, sie seien Verlierer um uns herumlaufen zu haben. Deswegen brauchen wir Veränderungen im pädagogischen Konzept. Wir müssen aber auch den Mut haben, andere Konsequenzen endlich zu bearbeiten. Warum müssen oder dürfen Waffen, die zu Recht benutzt werden von Jägern, von Sportschützen, warum dürfen die zu Hause lagern? Sollten wir hier nicht neue Wege gehen? Sollten wir nicht Dinge ausprobieren, die in anderen Bereichen längst gang und gäbe sind? Ein Polizist, der auf einem Schießstand mit seiner Waffe trainiert, muss seine Munition hinterher abrechnen. Warum sollten wir das im privaten Gebrauch nicht auch so machen? Und fälschungssichere Dokumente. Wer Waffen zu Recht benutzt, sollte fälschungssichere Dokumente haben und wir brauchen ein zentrales Waffenregister. Alles Themen, die wir längst hätten anpacken können und anpacken müssen. Ich weiß schon, wie viele E-Mails jetzt wieder mir zugesendet werden von lauter schlauen Menschen, die mir sagen, das sei alles Quatsch und der Täter wäre damit nicht gehindert worden. Aber wäre es nicht wert, über Waffen in der Gesellschaft neu zu reden, damit die, die sie zu Recht benutzen, auch unbeanstandet sie nutzen können und wir ansonsten ein anderes gesellschaftliches Bild haben? Waffen gehören nicht in den Alltag.